Hallihallo, hallöle meine Freunde, der RPG Maker ist tot. Okay, Spaß beiseite. Aber tatsächlich jetzt mal ernst, der RPG Maker MZ kann aktuell nicht auf Steam gekauft werden. Zumindest nicht in meinem Land, nicht in Deutschland. Und das Ganze trifft auf alle RPG Maker zu RPG Maker 2000, RPG Maker VX, auf einfach alle RPG Maker. Keiner davon ist aktuell in Deutschland verfügbar. Ebenso Visual Novel Maker und Pixel Game Maker. Alles in die Richtung nicht in Deutschland verfügbar auf Steam. Ihr braucht allerdings keine Angst haben. Ihr könnt den RPG Maker immer noch bei Keysellern, wie beispielsweise Humble Bundle kaufen und dann auf Steam aktivieren. Das Ganze ist kein exklusives RPG Maker Problem. Das tritt auch bei anderer Software auf, wie beispielsweise Krita, kann ebenso nicht auf Steam erworben werden. Und ebenso Spiele wie beispielsweise Undertale kann ebenso in Deutschland nicht erworben werden. Wegen einer Alterskennzeichnungspflicht wirft Steam aktuell jede Software raus, zumindest für Deutschland, die keine Alterskennzeichnung besitzt. Diese kann man aber relativ einfach bekommen. Man muss nur bei Steam einen Fragebogen ausfüllen und dann kriegt man die Alterskennzeichnung. Dementsprechend kann es sein, dass der RPG Maker morgen oder in einer Woche oder in einem Monat einfach wieder verfügbar ist. Also das ist gar kein Problem im Normalfall. Sie müssen es nur irgendwann mal bemerken. Das wäre gut. Auch Spiele wie Undertale etc. kommen sicherlich irgendwann wieder zurück. Gut, das war's soweit. Ihr könnt den Artikel hier gerne mal selbst durchlesen. Ich habe den von Heise Online mal in die Videobeschreibung gepackt. Da werden einige Fragen noch beantwortet zu dem Thema. Und das Ganze ein bisschen ausführlicher, als ich jetzt hier in dem Video erklärt habe. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und ich sage Tschüsseli.